Moin zusammen. Herzlich willkommen und hallo zur Pressekonferenz vor dem 19. Spieltag. Am Sonntag geht es für unseren HSV nach Rostock. 13.30 Uhr ist Anpfiff. Ich begrüße auf dem Podium ganz herzlich unseren Cheftrainer Tim Walter. Moin Tim. Moin Philipp. Moin zusammen in die Runde. Wir sind bereit für eure Fragen. Hoffe ich zumindest. Ich habe mir weit aus dem Fenster gelehnt. Wir müssen nicht. Das ist angenehm zurzeit. Dann bedanke ich mich. Ah, Henrik Jakobs vom Hamburger Abendplatte in der ersten Reihe. Ich könnte jetzt mit der Personalanlage anfangen, aber die sieht ja eigentlich ganz gut aus, oder? Brauchen wir nicht groß drüber sprechen. Sportlich läuft es ja auch. Ein Fall, der beschäftigt Sie mit Sicherheit auch. Mario Wuschkowitsch morgen ist beim DFB-Sportgericht zur ersten Anhörung. Wie denken Sie aktuell darüber? Sind Sie im Kontakt mit ihm? Rechnen Sie sich vielleicht noch irgendwelche Chancen aus, dass er irgendwann bald wieder für den HSV spielen kann? Das werden wir alles morgen sehen, aber dem kann ich nicht vorgreifen. Klar bin ich mit ihm immer im Austausch, aber ich werde morgen nicht vor Ort sein und von daher kann ich da jetzt wenig dazu sagen. Jonas wird da sein und dann schauen wir einfach, was dann letztendlich bei Rom kommt. Ich hoffe, was Gutes für uns und vor allem für den Jungen. Kai-Uwe Hesse von der Bild-Zeitung. Da würde ich vielleicht gleich nochmal beim Thema bleiben. Aber ich werde nichts dazu sagen können. Von daher brauchen wir über das Thema nicht reden. Mario, Sie kennen ja noch nicht die Frage. Mario war ja neulich bei Ihrem Familiennachmittag und da haben Sie wahrscheinlich auch mal die Zeit genutzt für ein intensiveres Gespräch. Was hatten Sie da denn so für einen Eindruck? Den, den ich am Telefon auch habe. Ja, dass er total interessiert ist, was wir machen, dass er ein Teil von uns ist, dass die Jungs auf ihn zugehen, er auf die Jungs zugehen, so wie er immer ist. Und was anderes kann ich nicht feststellen. Was dann letztendlich in ihm abgeht, das weiß keiner von uns und das werden wir auch nicht rausfinden. Von daher, er muss die Geschichte natürlich mit sich selber am meisten ausmachen, aber ich kann nur sagen, dass wir für ihn da sind. Und genauso meine Mannschaft, die sind immer für ihn da und das werden wir auch bleiben. Babak Milani für die Bild-Zeitung, bitte. Moin, Herr Walter. Das letzte Spiel der Saison, der vergangenen Saison, war ja in Rostock, da ging es ja richtig heiß her. Was erwarten Sie diesmal? Genau das Gleiche wieder. Ja, eine hitzige Atmosphäre. Ist aber schön, weil wir solche Stimmungen dann auch mögen, wenn alles im Rahmen bleibt. Wenn es darum geht, dass sich zwei Mannschaften auf dem Platz alles abverlangen. Wir haben großen Respekt. Ja, wie vor jeder Mannschaft. Das ist auch wichtig, weil alle Mannschaften versuchen, gegen uns Punkte zu holen. Von daher müssen wir dagegen ankämpfen und das werden wir auch tun. Aber wir freuen uns auf die Atmosphäre, wir freuen uns auf das Spiel. Es sind jetzt noch 16 Spiele und darum sind es auch noch 16 Gründe, immer fokussiert zu bleiben. Und das wird am Wochenende auch so sein. Stefan Flomp für die DPA. Freuen Sie sich denn dann auf eine Fortsetzung der ersten 17 Minuten aus dem Braunschweig-Spiel? Ich finde, dass wir gegen Braunschweig ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Man sieht, nach elf Wochen Pause ist nicht alles selbstverständlich und für das haben wir schon wirklich sehr, sehr gut agiert. In kleinen Dingen müssen wir natürlich noch konsequenter werden, weil ich finde, dass wir die Positionen und alles gut belaufen. Aber dann, wenn wir im In-Fight sind, können wir noch konsequenter sein. Ja, das sind so ein paar Kleinigkeiten, aber da arbeiten wir weiter im Detail. Und dass wir da immer besser werden wollen, ist ganz normal. Und die Dinge sehen wir auch. Aber die meisten Dinge, wie wir Tore rausgespielt haben oder wie wir die Tore aufgelegt haben oder auch wie wir Chancen rausgearbeitet haben, war schon sehr, sehr gut. Und alles kann man nicht verhindern. Wenn der Kaufmann aus 20 Metern in den Giebel schießt, das ist nicht alles zu verhindern. Ich finde die Situation von Miro trotzdem gut gelöst, weil er hätte auch nach außen passen können. Also von daher, dahingehend sind wir schon gut, auch im Detail. Aber alles verhindern werden wir nie. Aber ich glaube, dass wir schon auf einem sehr, sehr guten Wege sind. Florian Rebin für die Mopo gerne. Moin, Herr Walter. Am Wochenende starten ja auch einige Nachwuchsteams, oder für die geht ja auch die Saison weiter, U21, U19. Jetzt hatten Sie viele Youngster in der Vorbereitung im Winter bei den Profis dabei und auch jetzt sind Sie ja teilweise noch mit im Training. Wer wird denn für die U19, U21 spielen? Tom Sanne wahrscheinlich, Kiesilowski, Jesse Kilo. Wie ist da der Plan? Also wir haben sehr viele U19-Spieler, weil wir ja auch wollen, dass die U21 die Möglichkeit weiterhin hat. Darum versuchen wir da so wenig wie möglich einzugreifen. Letztendlich versucht man trotzdem, alle zum Spielen zu bekommen, weil es einfach wichtig ist, dass die Jungs ihre Spielzeit haben, trotzdem Training bei uns haben. Ich glaube, das ist gut und von daher werden da einige in der U19 spielen. Aber die zwei Jungs, die dann für die U21 in Frage kommen, werden wahrscheinlich auch in der U21 spielen und dann schauen wir, was dann für den Kader letztendlich noch übrig bleibt für uns. Aber wir wollen schon grundsätzlich, dass die Jungs sich weiterentwickeln und dafür gehört es dazu, dass sie spielen. Wie es dann aufgeteilt ist, das weiß ich jetzt noch nicht. Henrik Jakobs, gerne nochmal. Moritz Heier hat am Anfang der Woche mal gesagt, dass man als Neuzugang, gerade so als Defensivspieler, etwas mehr Zeit braucht, um sich so an ihre Spielidee zu gewöhnen. Was würden Sie denn eigentlich sagen, so jetzt so für Spieler wie Javi oder Noah, wie lange brauchen die, um diese Abläufe so total zu verinnerlichen? Die Frage haben wir letztes Jahr zu Saisonbeginn auch gehabt. Von daher ist klar, es ist ein bisschen diffiziler. Es ist mehr für den Kopf dann auch, nicht aus der Struktur zu spielen, aus der Position zu spielen, sondern eher ein bisschen fluide und mehr Rotation im System. Und von daher ist es immer etwas schwieriger. Trotzdem versuchen die Jungs, sich schon anzupassen. Die holen sich Tipps von den Jungs, die schon etwas länger da sind. Und von daher, wir stehen für Zusammenhalt, wir stehen für Kontinuität. Das heißt, die Jungs verstehen sich untereinander gut und trotzdem gibt es den Anreiz, immer zu spielen. Ich glaube, dass sich das gegenseitig befruchtet. Und Moritz kann ich da nur recht geben, dass es etwas länger dauert. Hat bei ihm auch etwas länger gedauert, aber für das macht das jetzt umso besser. Er schießt jetzt Tore, Miro bereitet Tore vor. Also von daher ist nicht mehr alles auf Bobby ausgelegt, sondern auch auf die Jungs drumherum, dass die auch in die Bresche springen. Aber grundsätzlich bin ich mit den Jungs, die neu da sind, sehr zufrieden, weil sie es annehmen und weil sie versuchen, Dinge umzusetzen. Und wenn sie etwas nicht wissen, kommen sie zu mir, zu den Co-Trainern oder holen sich Tipps von den Spielern. Von daher passt es schon sehr, sehr gut. Sebastian Rieck gerne für den NDR. Wo wir beim Thema Neuzugänge sind. Andras Schnemmert ist jetzt eine Woche da. Wie hat er sich gemacht? Wie hat er sich eingefügt? Wie zufrieden sind Sie? Sehr gut, weil er ein intelligenter Bursche ist. Also der versteht schon auch Begriffe, die in Deutsch gesagt werden. Es macht Spaß, mit ihm zu arbeiten, weil er technisch sehr versiert ist, weil er auf Zack ist und auch Situationen dann rechtzeitig erkennt und hat einen guten Abschluss. Von daher macht das gut. Er ist gut in der Gruppe drin. Und vor allem war es schön für ihn zu erleben, was für ein amazing Moment es war am Wochenende. Und genauso hat er es dann auch letztendlich gesagt. It's unbelievable. Von daher, so ist er auch. Flo hat noch eine Nachfrage für die Mopo. Ja, noch ein ganz anderes Thema. Auf der anderen Seite des Stadios findet aktuell die Hauptversammlung der Fußball AG statt, geht um die Besetzung des Aufsichtsrats. Inwiefern verfolgen Sie das? Inwiefern interessiert Sie das? Oder nehmen Sie nachher nur die Ergebnisse zur Kenntnis? Genau. Genau so ist es. Wir haben Training. Ich habe jetzt Training. Jetzt bin ich bei der PK. Vorhin habe ich noch Video gehabt. Also ich komme gar nicht dazu, mich damit zu beschäftigen. Von daher warte ich später ab, bis mir irgendwann jemand dann sagt, was passiert ist. Aber letztendlich ist es für mich nicht relevant. Na gut, Sven Tönner erfahmt sich auch für Sky-Eimer. Ja, ich hatte ein bisschen abgewartet, weil ich habe einen kleinen Abzweiger. Eigentlich hatte ich gerade ein Interview mit deinem Stadtrivalen, Fabian Hürzler, der von einer sehr emotionalen Begegnung von euch beiden berichtet hat, die schon ein paar Jahre zurückliegt. Da ging es wohl kantig zur Sache. Und er sagt aber, seitdem habt ihr eigentlich ein außerordentlich respektvolles Verhältnis miteinander und seid wohl über die Jahre auch immer mal wieder im Austausch gewesen. Wie blickst du auf die Episode und den Ablauf? Ja, das war halt ein Spiel. Da war er Spielertrainer und hat das Tor gemacht. Von daher, wir haben, glaube ich, 30 zu 1 Torschüsse gehabt und die haben 1 zu 0 gewonnen. Also die Situation, wie sie damals war, könnte auch vergleichbar sein mit jetzt, mit manchen Spielen. Von daher, ich glaube, in der Emotion ist es nun mal so. Jeder kämpft für seine Farben, ob das im kleinen unteren Bereich ist oder im oberen Bereich. Jeder will das Optimum rausholen, aber wie gesagt, also letztendlich geht es darum, danach respektvoll umzugehen miteinander. Und das tun wir. Er war ja oder ist ja auch noch ein bisschen jünger als ich. Von daher glaube ich schon, dass er weiß, wie er jetzt damit umzugehen hat, wenn er ja auf einer anderen Ebene dann letztendlich ist, nicht nur als Spielertrainer agiert. Wenn du die Situation dann auch in dem Moment etwas anders wahrnimmst. Und ich glaube, da hat er sehr viel gelernt und von daher passt das alles. Ich bin ja froh, dass es ein Spiel war. Klang in deiner Frage eher nach einer Kneipenschlägerei. Aber Gott sei Dank war es ein Spiel. Gibt es noch Fragen? Keine, dann vielen Dank fürs Interesse und dann bis morgen.